Habe die Ehre. Mit der Steiermark besuchen wir heute bereits Bundesland Nummer 5 von 9 auf unserer Reise durch die Republik Österreich. Die Steiermark ist historisch ein echter Schmelztiegel vieler Völker und Kulturen, was man an Begriffen und deren Ursprüngen noch heute erkennen kann. Und die Geschichte der Steiermark ist eng mit jener von Kärnten verbunden. Aber gehen wir erst einmal noch ein wenig weiter zurück. Viel weiter. Ein Teil der heutigen Steiermark gehörte vor mehr als 2000 Jahren zum keltischen Königreich Noricum. Dieses Königreich ging später in der römischen Provinz Noricum auf. Der östliche Teil der Steiermark lag auf dem Gebiet der Provinz Pannonia. Um 600 herum wurde die Steiermark und auch weite Teile des heutigen Österreichs im Zuge der Völkerwanderungen zum slawischen Fürstentum Caranthanien. Errichtungsweisend war zwei Jahrhunderte später die Integration Caranthaniens in das bayerisch-fränkische Herrschaftsgebiet. Und wie wir schon in der Folge zu Kärnten erfahren haben, ist 976 das Herzogtum Kärnten aus der Personalunion entlassen worden, also aus der Personalunion mit Bayern. Und damit eben auch Teile der Steiermark. Die Ausdehnungen der heutigen Oststeiermark wurden erst Mitte des 11. Jahrhunderts unter König Heinrich III. dauerhaft gefestigt. Und zwar gegen die Ungarn, die noch länger eine Rolle spielen sollten. Zum selbstständigen Herzogtum wurde die Steiermark Ende des 12. Jahrhunderts erhoben. Ausschlaggebend hierfür war Otto K. I., der Mitte des 11. Jahrhunderts erster Markgraf aus dem Geschlechter Traungauer wurde. Behaltet seinen Namen, Otto K. von Steyr, ein wenig im Hinterkopf. Und Otto K. IV. sollte 1180, also 124 Jahre nach seinem Vorfahren Otto K. I., der erste Herzog der Steiermark werden. Damit ist die Steiermark ein selbstständiges Herzogtum. Aber wann folgte die Anbindung an Österreich? Schön, dass ihr fragt. Der erste Herzog der Steiermark, Otto K. IV., wurde von einer unangenehmen Besonderheit begleitet. Lepra. Und da er keine männlichen Erben hinterlassen würde, schloss er 1186 einen Erbfolgevertrag mit Leopold V. von Österreich. Als Otto K. IV. erwartungsgemäss im Jahre 1192 starb, mit nur knapp 30 Jahren, wurde die Steiermark in Personalunion mit Österreich verbunden. Das Herzogtum Österreich umfasste zu jener Zeit ungefähr die Gebiete von Ober- und Niederösterreich. Jetzt war das die Anbindung an das damalige Österreich, an die Babenberger. Bis zur Anbindung an die Habsburger und damit mehr oder minder den Vorläufern des heutigen Österreichs sollten aber noch einige Jahre vergehen. Denn als 1246 der letzte Babenberger starb, weckte die Steiermark Begehrlichkeiten. Und zwar von allen Seiten. Die beiden verwaisten, Herzogtümer Österreich und die Steiermark, wurden 1254 aufgeteilt. Zwischen König Otto K. II. von Böhmen und König Bela IV. von Ungarn. Otto K. von Böhmen ist keiner der Otto Kare, die wir vorhin kennenlernten, nicht verwirren lassen. Der ehrgeizige König von Böhmen, der weite Teile Österreichs erhielt, wollte aber auch die steirischen Besitzungen, die an Bela von Ungarn fielen. Zu seinem Vorteil begehrten auch die Steierer selbst auf und hatten kein Interesse daran, zu Ungarn zu gehören. Nach der Schlacht von Kressenbrunn 1260 wurde dieser Traum wahr. Das Königreich Böhmen mit Hilfe der Herzogtümer Österreich, Steiermark, Kärnten und Schlesien konnte sich gegen das Königreich Ungarn durchsetzen, die ihrerseits Hilfe aus Kroatien und Krakau erhielten. Im Frieden von Wien 1261 gehörte somit auch die Steiermark zu Böhmen. Und das war auch gleichzeitig der historische Höhepunkt der Machtfülle des Königreichs Böhmen. Kein böhmischer Herrscher vor oder nach Otto K. II. war mächtiger. Wie konnte nun die Steiermark, Österreich oder Kärnten aus dem Einflussgebiet Böhmens wieder herausgerissen werden? Das und vieles mehr erfahren Sie jetzt. Otto K. II. konnte sich aufgrund dieser Machtfülle berechtigte Hoffnungen auf die Königskrone machen. Also die Königskrone des Heiligen Römischen Reichs. Die ging aber nicht an ihn, sondern 1273 an Rudolf I. von Habsburg. Und der hatte selbstredend grosses Interesse daran, die an Böhmen verlorenen Gebiete wieder an Habsburg anzubinden. In einer Entscheidungsschlacht 1278 nordöstlich von Wien schlugen die Habsburger das Königreich Böhmen und seine Verbündeten. Vier Jahre später belehnte Rudolf I. seine Söhne mit den Gebieten von Österreich und der Steiermark. Die Habsburger Herrschaft über die heutigen Gebiete der Steiermark sollte bis 1918 Bestand haben. Ende des 15. Jahrhunderts gab es noch eine kurze Unterbrechung dieser Herrschaft in einigen Teilen der Steiermark, als es Ungarn nochmal wissen wollte. Aber da das nur fünf Jährchen waren, gehen wir darauf jetzt nicht weiter ein. Das Herzogtum Steiermark sollte also bis zum Ende des Ersten Weltkrieges existieren. Wenn wir uns das Gebiet der Steiermark in den letzten beiden Vielvölkerstaaten ansehen, also im Kaisertum Österreich und in der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn, 19. und 20. Jahrhundert, dann fällt dem kartenkundigen Beobachter auf, dass die Steiermark grösser war als heute. Die Untersteiermark ging nach dem Ersten Weltkrieg an die Jugoslawen verloren und ist heute Teil Sloweniens. Sprachlich und kulturell war das zumindest teilweise nachvollziehbar. Die Untersteiermark als Ganzes war seit jeher klar slavisch dominiert. Zwischen 70 und 80 Prozent des Gebietes war slowenischsprachig. Die deutschen Sprachinseln wurden aber immer mehr, je nördlicher und je näher man an die steirische Grenze reiste. In der Stadt Maribor oder Marburg, heute Slowenisch, lag der Anteil Deutschsprachiger bei um die 80 Prozent. Das änderte sich mit der Zugehörigkeit zum Königreich der Slowenen, Kroaten und Serben aber nachhaltig. Österreich beanspruchte nach dem Ersten Weltkrieg zwar nicht mehr die gesamte Untersteiermark, sondern nur noch den nördlichen Teil mit den zahlreichen deutschen Sprachinseln, aber auch das blieb ihnen verwehrt. Die Untersteiermark fiel vollständig an die Jugoslawen und gehört heute zu Slowenien. Vor gefühlt einer Stunde habe ich euch gebeten, Ottokar von Steier ein wenig im Hinterkopf zu behalten. Wenn es nämlich um den Namen des Bundeslandes geht, müssen wir den altehrwürdigen Markgrafen wieder hervorkramen. Der Begriff Styria ist wohl keltisch und bedeutet die Aufstauende oder die Stehende. Das umschreibt den Rückstau der Steier bei hohem Wasserstand der Enns. Der Fluss wurde als Fluvius Styra bezeichnet, also als Fluss Steier. Und nach diesem Fluss wurde die Burg Steier benannt, die Styurburg, Stierburg, wie auch immer. Und wessen Residenz war das? Natürlich die der Ottokare. Mark bedeutet nichts anderes als Grenzgebiet und daraus etablierte sich der Begriff Steiermark. Die Burg Steier, die mittlerweile nicht mehr so heisst, und auch der Ort Steier liegen in Oberösterreich. Der Name des Landes geht also auf einen keltischen Begriff zurück. Der Name der Landeshauptstadt Graz ist hingegen slavischen Ursprungs und ein Überbleibsel der Völkerwanderungen. Das meinte ich mit Schmelztiegel der Völker und Kulturen. Das Land Keltisch, die Landeshauptstadt Slavisch, die Sprache Germanisch oder Bayerisch. Graz ist mit knapp 290.000 Einwohnern die zweitgrösste Stadt Österreichs. Damit leben etwas weniger als ein Viertel aller Bewohner der Steiermark in Graz. Denn das ganze Bundesland zählt knapp ein Einviertel Millionen Menschen. Das Wappen der Steiermark ist grossartig. Das Fabeltier, dieser aufgemotzte Panther, hat nicht nur einen aufwärtsgeschlungenen Schwanz, sondern er speit auch Feuer und hat Hörner. Dieser Panther ist schon im Siegel des Markgrafen Ottokar Mitte des 12. Jahrhunderts überliefert. Also Ottokar dem Dritten. Als die Steiermark 1180 zum Herzogtum erhoben wurde, steigt das Familienwappen zum Landeswappen auf. Vorbild für dieses Fabelwesen waren wohl die Überlieferungen im Physiologos aus dem 2. Jahrhundert. Sozusagen eine Naturdeutung aus christlicher Perspektive. Und dieser Panther soll ein Symbol für die wehrhafte Christenheit sein. Besonders interessant, das Wappen, das ihr hier seht, ist erst seit 1926 gültig. Denn vorher spieh der Panther aus allen Körperöffnungen Feuer. Also wirklich aus allen. Auch aus dem Penis und dem knackigen Pantherpopo. Aber nicht traurig sein, denn dem Grazer Panther, dem schiessen immer noch Flammen aus Eumel und Arsch. Ein aus Arsch und Penis Feuer speiender Panther mit Hörnern. Großartig. Auf dem Wappenschild ist der steirische Herzogshut zu sehen. Bevor ich eine politische Eigenheit aus Steiermark anspreche, möchte ich noch kurz erklären, weshalb ich in Österreich darauf verzichte, die politischen Mehrheiten oder die grundsätzlich politische Ausrichtung des Bundeslandes herzuzeigen. Denn in Österreich ist das nicht ganz einfach aufzuzeigen, ohne dass ich zu stark persönlich wehrte. Die Parteienlandschaft in Österreich ist traditionell wesentlich kleiner als in der Schweiz. Während es in der Schweiz bereits seit 80 Jahren alleine in der Regierung vier Parteien gibt und ein Dutzend im Parlament, existieren in Österreich nur fünf relevante Parteien auf Bundesebene. Und diese Parteien sind von Land zu Land sehr unterschiedlich. Die allein regierende SPÖ im Burgenland ist eine andere als in Wien. Kärnten wird zwar von einem roten Landeshauptmann regiert, die FPÖ ist in Kärnten aber traditionell sehr stark, Stichwort Jörg Haider. Die ÖVP im Westen, in Tirol oder Vorarlberg, ist eine andere als im Osten. Also die Schwarzen im Landtag von Innsbruck oder Bregenz decken ideologisch ein Lager ab, das in der Schweiz aus drei, wenn nicht sogar vier Parteien dargestellt würde. Deswegen bringt es einfach nicht so wahnsinnig viel, die politischen Mehrheiten herzuzeigen. Was in der Steiermark aber speziell und einzigartig ist, ist die Grundmandatssperre. Jetzt ist sicherlich jedem die Sperrklausel bekannt. Bei einer Wahl muss eine Partei einen gewissen Prozentsatz erreichen, um ins Parlament einziehen zu dürfen. Das sind meist vier oder fünf Prozent. In der Steiermark gilt etwas anderes. Das Land teilt sich in vier Wahlkreise und jeder dieser Wahlkreise hat gemäss einem Bevölkerungsanteil Anspruch auf eine gewisse Anzahl der 48 Sitze im Landesparlament der Steiermark. Bei den letzten Landtagswahlen 2019 konnten die vier Wahlkreise insgesamt 40 Grundmandate und acht Restmandate vergeben. Und um überhaupt ins Parlament zu kommen, geschweige denn von einem Restmandat profitieren zu können, muss eine Partei in irgendeinem der vier Wahlkreise ein Grundmandat machen. Und die werden nach Verhältniswahl vergeben. Heisst, in Wahlkreisen mit wenigen Grundmandaten muss eine Partei sehr hohe Ergebnisse erzielen. Die Grünen haben beispielsweise in Wahlkreis 3 acht Prozent erreicht und damit das Grundmandat verfehlt. In Wahlkreis 4 haben sie das Grundmandat mit 7,6 Prozent aber geschafft. Ähnliches gilt für die KPÖ. 5,8 Prozent im Wahlkreis 4 hätten nicht gereicht. Da sie aber das Grundmandat in Graz und Umgebung geschafft haben, sitzen sie im Landesparlament. Kärnten hat diese Grundmandatsperre 2008 abgeschafft. Somit ist die Steiermark das letzte Bundesland, das diese doch spezielle Hürde beibehält. Kleinere Parteien haben somit fast gar keine Chance, politisch aufzusteigen. Die Neos beispielsweise sind so immer auf das Grundmandat in Graz angewiesen, während sie in den ländlichen Wahlkreisen fast Wahlkampf für die Katz betreiben. Nach so vielen Prozentzahlen und langen Worten hören wir uns einmal an, wie in der Steiermark gesprochen wird. Daheim unterwegs sind wir heute in St. Georgen an der Stiefing in der Südsteiermark. Eine Gegend reich an Schweinebauern. Deren Motto lautet regional und nachhaltig. Das ist aber jetzt im Fasching nicht nur ein närrisches, sondern auch gefährliches Motto. Das ist aber eigentlich, was da jetzt machen wir da, wenn der Läuft. Ja, was willst du denn da tun? Ich weiß nicht. Du, ich hab da so ein paar Aspekte zu machen geholt. Ja, wegen wegen Alarm, Alarm, aber ich weiß nicht, mit den neuen modernen Sachen. Weißt du, wie sie das früher gemacht haben? Total. Die haben die Gangster, wenn einer gekommen ist auf die Nacht, mit den Sauborschen hinten aufgebracht. Der merkt sich das. Jede unzählende Borschen ordert raus. Fünf Wochen hat der Zeit zum Nachdenken. Du, das war unser Motor. Regenar und nachhaltig. Regenar, die Borschen schauen auch das an und nachhaltiger Schmerz. Du Lothar, jetzt werden wir dich ein bisschen rasieren, weil ich brauche auch nicht ein Haar. Du bist mein bester Haufverteidiger. Ja, ich denke, wir werden den nehmen. Das passt, den nehmen wir. Das sind schön drahtig. Jetzt müssen wir die Schilder auch sich holen. Schaut gut aus. Ja. Warte, Werner. Ich muss noch ein bisschen Salz. Ja, genau. Du, jetzt gehen wir nachher ans Anfeuern. Perfekt. Aus der wunderschönen Steiermark stammt übrigens niemand Geringeres als Arnold Schwarzenegger. Er war nicht nur Mr. Universum, nicht nur Mr. Olympia, er war und ist der Terminator, die steirische Naturgewalt. In diesem Sinne verabschiede ich mich mit den Worten aus der steirischen Landeshymne. Wo die Kohlenglut und des Hammers Kraft starker Händefleiß das Eisen zeugt, wo noch Eichen stehen, voll und grün von Saft, die kein Sturmwind je noch hat gebeugt. Dieses schöne Land ist das Steirerland, ist mein liebes, teures Heimatland. Dieses schöne Land ist das Steirerland, ist mein liebes, teures Heimatland. Das ist mein liebes, teures Heimatland.